moin moin leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's black was war ja ich komme hier schnell zur sache ja mischen machen wir mal hier um und x mal gucken bin jetzt UK4 gegangen aber ich hoffe da kicken sie nicht so oft sofort so ein wie mich zum beispiel so okay das geht ja noch hier alles spring ist eingestellt gucken wir den mal zu hier ja ich gab ja längere zeit keine folgen für die leute die noch nicht die minecraft folge geguckt haben da habe ich ja schon erklärt ich nehme die schon ab dass mein netzteil kaputt war und ich das reparieren lassen musste also austauschen musste also neues kaufen musste aber das ging eigentlich recht schnell und deswegen und deswegen bin ich jetzt wieder da zum glück ist mit windows alles in ordner aber das heißt maps und minecraft und bla 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 und meine ganzen daten sind noch alle drauf das ist sehr gut so okay und das wird lustig kommt schnell hoch endet auch nix muss die ha 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 älter wenn das mal nicht overpowered ist hier oben ha hat ha 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 á okay wir regeln hiereremos auch rieger os der leute kommt immer Oh Nein Nein, ich habe doch schnibili schnapp gemacht Nein Naja Okay Na, vielleicht regelt der Typ ja Komm Külse Ich habe jetzt auch leider nur noch drei Bags Das ist auch nicht so gut Weil Baum, ne Na, komm Warum wollen wir den kicken, hm Das verstehe ich nicht Warum wollen wir den kicken Weil ja gut ist Wow Das ist so unnötig Ich kann mich den ganzen Tag darüber aufregen Warum sie so welche Leute kicken sollen Die gut genug waren Die gut genug waren Ähm Äh, halt der Typ zu werden Und dann wollen sie ihn kicken Das ist Stippe Und der hackt ja nicht Ah, zu viele, zu viele Nicht mehr runter Oh fuck Oh oh oh, ja Wer hat mich gekriegt, der Typ Wollt ihr einen normalen Ping hat Wö, ach so, da Ja, keine Ahnung Ja Naja Ich heg mich nicht drüber auf Nicht mehr Hä Guck schon wieder Wollen sie ihn kicken Wollt er schon tot Warum, warum wollen sie den kicken Naja, er ist jedenfalls draußen Hm Naja Okay Von mir aus Solange ich es nicht bin Ist mir eigentlich egal Aber ich werde Guck schon wieder Wer ist das? Das ist der Viertbeste Und den wollen sie kicken So Leckt mich doch alle hier Ey Können immer noch nicht alle spielen Nein Ich will meine Waffe nicht tauschen In 12 Wehe du wirst Ne, ich werd Ja Ja Ist gut Ist gut Meine Freunde Hallo Ich fühle dich jetzt Aua Fallen mir noch Irgendwelche Sachen Vom Schreibtisch So Oh oh 86 Leben Alter Vater Scheiße ey Erstmal aufladen ey 86 Leben Äh Ja 76 Sobi Versprochen Hab ich nicht da Ähm Ich hab sage und schreibe Zwei Abonnenten verloren In der Zeit Wo Äh Ich jetzt nicht aufgenommen hab Natürlich Ich verstehe das schon Dass man Nicht aufnimmt Dass man Halt Den deabonniert Ist ja schon klar Aber ich hab jetzt Zum Beispiel auch geschrieben Ähm Dass ich Mein Ja so Bei der Diskussion Auf meinem Kanal Habe ich halt geschrieben Dass So Habe ich halt geschrieben Dass es halt so ist Dass Mein Rechner Oh Ich werd zermetzelt hier Kein wird gezogen Keinen Das Gibt's Doch Nisch Das Gibt's Doch Nisch Ja ich hab auch nur noch Drei Bags Ja ich muss mal Unbedingt Wieder Mal ein bisschen Was besorgen Hier So Okay Das besorgen Hört sich auch Falsch an So Ich damit Sind wir Na Ah Klar Aha Cool Ja komm Oh fuck Alter Ich muss hier weg Oh Oh Heilige Mutter Maria Okay 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 Ich will nicht Ich will das nicht Ja sauber Okay 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 Hallo Kommt ihr Kommt ihr ran Ich bin hier Hallo Das war getroffen Ja ja es kommen eh mehr Freunde von dir Ach komm Jetzt reicht's hier aber Ein paar Küls habe ich noch gemacht Das ist ja auch immer Das ist ja auch immer Die schreiben dann alle F11 Und dann denkt jeder Er wäre gekickt Und so weiter und so fort Naja aber was die Leute hier alles für Punkte haben Das ist noch gar nichts nach 11 Runden Normalerweise kannst du nach 11 Runden 300 Kills haben Und nicht nur 100 Ne Nein 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 Ah Na komm runter man Ja oder auch nicht Ja Warte Warte Ich will eine Begründung finden Lecker Hat über 100 Tapping Lecker Lecker Hi Freunde Na was geht Hallo Hallo Ich wollte hier nur durchlaufen Ja Hey Hey du 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 Hallo Nein Oh fuck Der wurde ein bisschen schwieriger Der Gegner Okay Komm Jetzt verreckt Doch Hab ich irgendeinen Nö Alter Ich muss erstmal Einen Schluck trinken Tut mir leid Aber muss sein Boah Gehen dem anderen X-Mess Typen auf den Sack Nicht mir So Mein Gott Hier ist doch zwei von uns Boah Ich hab ne übelste Muskelkater Alter Aber ich beschwör mich jetzt mal nicht weiter Nein Jetzt geht doch alle weg Hallo Freunde Alter Ich treffe doch gar nichts hier fast Ja Sauber Okay Da ist einer Aber ich muss mich erstmal aufladen Sorry Weil so schnell will ich jetzt hier nicht sterben Ja der müsste man dann schon zu mir kommen ne Aua Oh Ja Mit 39 HP Alter Macht mir Spaß Allwieder So Okay Letzte Runde Hier 50 Kills Das ist eigentlich schwierig Aber trotzdem Ja herzlichen Glückwunsch Ich hab sie zweimal Hat er bestimmt nicht Oh 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 Komm Ich wusste Nein Hallo Ich Hallo Wand Unsichtbare Wand Und doch nicht Schon gedacht Hier Aha 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 Na komm Na komm hoch Erstmal aufladen Also 9000 genommen Ja Yeeey Wer hat es wieder geschafft Neues Screenshot So Wer hat es wieder geschafft Hansa hat es wieder geschafft Gekickt zu worden Von Egennoomb Obwohl ich gar nicht der Beste war Hippippi Hurra Yeeey Noch mal Go Ja Also aufregen tue ich mich darüber nicht mehr So was sagt die Uhr Die Uhr sagt Cool Ich muss mich nochmal wegwerfschalten Ich bin aber nicht früher am Morgen Und deswegen Darf ich nie Ähm Wecker anhaben Weil Sonst weckte mich irgendwann Wann ich gar nicht geweckt werden würde Na Ist halt so Wenn ich dann Schlafen tue Ja Super Spielzeit Das ist neu Komm Lecken mich doch Leute Irgendwas stimmt mit meiner Maus nicht Das habe ich auch schon in Äh Kurseier gesagt Ach Kurseier Mein Kopf Ich spiele ja gerade Kurseier Äh Das Meine rechte Maustaste Irgendwie nicht funkt Im Moment Die geht Äh Entweder wenn man Einmal draufklickt Dann macht die zweimal Oder bla 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 Oder macht erst später Äh Äh Das ist doof gerade Deswegen Snap habe ich heute mal nicht Ich kann es ja eh nicht Deswegen aber Es wird kein großer Verlust sein Aber trotzdem So Okay Was Sieht denn hier Rumänia Aha Mhm Aha Aha Die waren auch mal gut Ich glaube Die sind jetzt schlecht Oder Ich weiß nicht Wie der Klar Ist Wo der steht Aber ich weiß Dass der früher mal ganz oben war So Nein Die Wasser nehme ich Auch nicht Ach komm Hier Und Eine Bombe Meine Bombe Meine Bombe Meine Bombe Meine Bombe So Schön Köpfe runter machen Wovor ihr Sniper bingt Hahaha Ja Aua Oh So Okay Wo sind die Gegner Da sind die Gegner So Double Kill So Das läuft doch Das finde ich gut Ist das ein Double Kill So Okay Noch mehr von euch Ja da Alter Da 90 90 Da wäre er alleine gewesen Dann hätte ich es geschafft 100% Ja So sieht es doch gut aus 90 So Ja Wisch ich ja nicht dann wohl Mir eine Acker angerittet Aber das weiß man ja nie So Kann ich ihn runter wieder machen So Ja Ja Lass mich mal hier durch Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Habt ihr das gesehen Habt ihr das gesehen Leute Lol Oh mein Gott Das Hab ich noch nie geschafft Und ich schieße dann hier Und direkt den Typen hier in den Head dann Ja